Hallo und willkommen zurück zu Sensor 4 Sensor 4 Nur hier Frio Das ist ein laut hier der Sound bei mir Ähm Paulus steht ja 1,200 hier Am Ende der Welt bist du schon wieder Ich komme Ich komme auch Also, hier entgegen Okay, warte, ich hab mal wieder Oh, das ist ein schickes Auto Was son Wir können ja gleich mal was zeigen Geh mal, ähm Öffne mal den, praktisch den Dings da Hier, wo du Kartons abrufen kannst Dann geh erstmal auf Bargeld Hieb das ab, dann müsstest du auch eine Menge haben Und dann geh mal ganz unten auf Telefon Ja, mein Mund Hier kann ich gerade für eine Platte Lieferung machen Upgrades, ja Loll Wurde die voll überfahren, die Bitch Rotwind Munition, sehr gut Das war uns immer noch ein bisschen zu laut Muss ich gleich nochmal leiser drehen Äh Bandenfähigkeiten Das ist ja ein bisschen irre Dass ich an der Seite kein Bild von denen habe Oh Trainiere deine Begleiter bei Beschuss Bei Beschussfinecker zusammen zu zucken Wir haben noch gar keine Bilder Screaming Eagle hol ich What the fuck Ähm Leo Hallo Ja Ähm Hi Steig mal kurz aus What the fuck Hi Alter Was ist das denn Was ist das denn Ich kann natürlich einigen Was ist denn das hier Das habe ich ähm Wenn du auf dein Telefonbuch gehst Konnte ich den beschwören Das ist lustig Lol Oh, habe ich dich auch zu sehen angebrot, Alter Alter Hör mal auf Das ist immer lustig TF Auf dein Telefonbuch Ja Ja Und jetzt fliege ich Mit Nitrogeschwindigkeit Hörzeuglieferung Weißt du was ich flieg mal oben Ich hab die Idee TF Ok Sag mal sowas Und was ist der Destructor Von dem Ding Ey Hast du bei dir an der Seite Bilder Hör mal ganz was Hier wäre ein Boss Oh mein Ja Ich kann so ein Tank Beschwören Hier Nein Jetzt bin ich nicht ehrlich ausgestiegen Oh Ausgestiegen Oh Mein Gott Das hätte ich jetzt aufnehmen Jetzt bin ich nicht ehrlich ausgestiegen Nein Nein Alter Ich habe so einen fetten Panzer hier, Paul Den ich beschwören Also den ich rufen kann Ja, hast du an der Seite Bilder Seite Böse Rechts Davon Nee Aber warte mal ganz kurz Optionen Audio Soundload Stärke Mal so Wie bist denn du, Paul? Ja, ich bin irgendwo hier ausgesenken Loll ich dich abholen? Ich glaube ich kann dich nach hinten lenken Alter Was ist denn das schon scheiß Zinn-Patrolls sind wie Kampagne Oh Manchmal willst du wirklich das verdammt aus Oh Jetzt gehen wir alle weg hier Loh Hat er voll gut geklappt mit dem Panzer Das Ding hat nicht mit Nitro oder was? Ein Panzer mit Nitro Ja Saints Row 4 macht es möglich Obwohl du kannst glaube ich auch nicht wirklich Nitro haben Das ist ja eigentlich keine Sterne wie ein Sensor 3 Naja das unten da, das ich weiß nicht Irgendwie check ich das in Also irgendwie kommt der ja auch nie was größer als die Bullen, oder? Das sind das bislang noch nicht, aber ich denke noch nicht genug Scheiße gemacht Jetzt müssen wir nachhauen, Paul Echt mal Das hast du bei uns sowieso so lange angehalten hat ohne Scheiße Wort Ohne richtige Rage Mode Machst du jetzt echt einen auf Rage Mode? Ne, keine Ahnung Ich fein ums Rundballer um mich rum Alter der Ding ist aber übelst ein Lahm Ist ja auch ein Panzer Ah, der schwebt der Panzer Das ist einer von diesen Aliens Also ein Panzer von den Aliens Leute 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 Leute, wie geil ist das denn? Im Panzer? Ne, hier ist... Ich bin auf so einer Alienbrücke Schnauze hinten Oh Und ähm Da waren so eine Art Duschen, so eine Art Scanner Du hast irgendwas Mieses beschworen, glaube Wieso? Weil hier irgendwas abgeht Komm mal zu mir Ich bin hier auf dem Weg Alter, wo ist denn dieses Ziel? Ach, da links 600 Meter Man, es ist denn hier Ach, ich kann ja sogar ein bisschen schweben, was? Kann ich, oder? Ne, kann ich nicht So Oh, ich will diese scheiß Vakuum umknarre Weißt du, mit der wir schon so einen Monalismus scheiß wollen Achso, ja Boah, die... oh fuck, jetzt sind die... Das war aber eher so ein schwarzes Loch, oder? Ja Naja, aber hier Als Waffen Oh, ich bin Level Up, du auch? Äh, keine Ahnung, ich habe glaube ich sowieso noch hier Kräfte zu vergeben Blast habe ich... Ich kann noch nicht geupgradet Upgrades Ey, du musst mal unbedingt... Oh, zu mir kommen, oder? Ja, komm zu mir Jo, mach ich Du musst mal auf so einen kleinen Gegner mit dem Supersprint zu rennen Und dann Nahkampf drücken, das ist geil Hast du den Auftucker schon gemacht gerade, oder? Ja, das ging ganz schnell Guck mal, ich habe den da... der hat sich da reingepackt Nicht praktisch Haha, wie geil Ah, das ist der... der Feuerspeyer hier Von dem Tank macht eigentlich ganz fett Du musst dir das mal angucken, der ist hier drin gefangen, der kommt hier nicht mehr raus Loil Hey, loil, mein Munzer wurde zerstört Geht denn da da? Ja, von dem Typen Guck mal, der kommt hier einfach nicht mehr raus Haha Wann gearscht Wenn dann mit der Schatten drauf schießen Hier kann ich eigentlich keine... keinen Eisblast machen Ich habe gar keine Schroten mehr gerade Mal kannst du nachladen Oh Holla Also kann ich denn keine Fähigkeit mehr machen, Paul Weiß ich nicht Kräfte Elemente Grades Pflanzen Vielleicht immer die Tasten belegen, wo er ändert, aber kann eigentlich nicht sein Oder musst du mal... annehmen, man muss das auswählen, ne? Ja, ich glaube... So musste man jetzt gucken Oh, aua Jawoll Tja, das ist ja ganz schön im Arsch der Typ Sehr gut Äh, ne, das wollte ich gar nicht Wie lustig dir das immer aussieht, wenn du da reinfliegst Oh... Oh, ne, jetzt kommt wieder A und unten mit Oh... Ich weiß nicht, was es bringt, die zu observieren Na, ähm... Du könntest das ja immer in die Kommentare schreiben Steht doch jetzt bestimmt irgendwas, was ich dir gebracht habe, oder? No Ne? Soll ich aber nochmal einen Panzer haben? Oh, ne, ist zu lahmarschig Oh, ne, das ist okay Oh, ne, das ist okay Ich hab meine Stimme wieder ein bisschen tiefer gemacht, das ging mir irgendwie auf die Eier Beim Chirurgen habe ich die tiefer gemacht Ja, ich weiß Ich finde, ich lass das genauso Ich will dir ja ein bisschen auf die Eier gehen Warte mal kurz, bitte Oh, sorry Upgrades-Fähigkeiten Hä? Yeah Ja, mir muss ich das auch nochmal durchgehen Upgrades hab ich auch noch, wieder eins Kampf Elbe automatische Schrotflinte, ja Naja Achso, man Man kann von diesen Munitionssachen und von der Waffe, kann man... Kann ich jetzt hier auswählen? Oh, nicht Ganz kaum Also, ich bin mein Geld von jetzt wieder losgeworden Äh, was steht da grad? Gegenstände zum... Ach, ne, ich hab gelesen Gegenstände zum Anpissen, okay Aha Äh Was steht da eigentlich? Anpassen Soll ich, soll ich hier schon mal den Turm hoch? Nein, warte auf mich Paul Ich will hier noch einen Sprint-Upgrade machen Und zwar nehmen wir... Wandlauf Komm So Alter Müssen wir schon mal so ein Scheißchen machen? Ja, das geht aber diesmal leicht Oh fuck Mal da oben Mal da oben des... Datendings... Gedöns... Mal da oben des... Datendings... Alter Ich bin das Haus... Auf das Haus So Juhu Oh fuck Dann warpen wir uns mal den Turm hoch Juhu 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 Und... das wir uns einig sind Ich hab den Turm aktiviert, du kannst eigentlich wieder runterfallen, wenn du willst Was ist denn unten? Also ich... also ich bin nicht unten aber ich gehe nochmal kurz zurück Um diesen... Die einen Datensammeln zu holen Ja, mich jetzt unten nicht zu holen Uns mündere Daten so denken tasting Oh Als ich hab den nicht komplett aktiviert ne? Ja, ja. Du bist zwar nicht alt, der 66 haben wir schon. Ich hab 52. Hä? Ja, der zeigt immer den aktuellen Stand an Leon. Wir hatten schon über 100 und dafür haben wir schon Erfolg bekommen. Ich hab halt nur mehr ausgegeben. Deswegen hast du jetzt nur mehr als ich. So. Ich dachte jetzt ist es hier zusammen. Ich bring ihn eigentlich weg, wenn ich überfahren werde. So. Du kannst auch unten noch ein bisschen so eine Datensammlung einsammeln und ich renne hier nach oben. Dann mach ich ja hier unten die. Ne, ich dachte du willst jetzt irgendwann hochspringen. Ne, ne. Bin hier auf den Wohnhäusern beschäftigt. Das ist glaube ich mit die beste Strategie. Halt ja, wie viele von den Dingen auch noch liegen. Immer so. Biu. 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 Geht dann gar nicht auf den Sack oder so. Biu. 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 ja jetzt tun natürlich scheiße und vor allem das sprinten sieht geil aus hau du bist wieder unter den lebenden und ich bist wieder oben ja ich wollte die mir denn hier ja da war das knapp komm an jetzt hier hier unten mal ein bisschen scheiße weißt du was diese blauen gerisse im boden waren die so leuchten denn da schießt man mit deiner Fähigkeit drauf das mache ich ja gerade schon äh eigentlich müssen die dann rauskommen äh auch so eine Datensammensysteme müssen dann da rauskommen wahrscheinlich hast du es kaputt gemacht tut mir leid oh cool jetzt kommt die schnellen Nachrichtensender und finde ich ey ich bin ganz oben also gleich zumindest noch ein kleiner Sprung den ich nicht mehr verkacken kann also ich habe mir zwar nicht geschafft aber ich bin nicht noch ganz ohne durchgefahren ich will in der Bauarbeiter von hier ja mann also leicht verpackt auch hier die NPCs ja ist ja auch pre-alpha lol auf dem Nachrichtenwagen steht Delivering Death and Destructions 24-7 zu geil was hier manchmal so gut steht wir müssen schlippern ey geil du kannst hier als Fähigkeit für deine Fahrzeuge nitro holen ich glaube ich kriege drauf in den Sack verdient alter wieder die Eiscate überfahren hat aber kommst du mal von deinem hohen Rost herunter äh ja du machst doch scheiße und ich muss es jetzt ausfahren ey wieso ich bin fast tot gerade ja deswegen ja jetzt kommt man hier nicht hoch warte ey mir wird gar nichts angezeigt renne einfach in meine Richtung ich lass dich mal kurz aufholen ey jetzt ist mein Ausdauer down muss mal Ausdauer upgraden auch irgendwie das ist mir nicht zu wenig ja back doch noch mehr rum Dickie alter was hast du da gemacht gerade machst du das mit F einfach nur nein das ist der Powersprint und dann F ah fett uuuu bam alter alter hast du dir meine Aufnahmen nicht angeguckt ne da hab ich das ständig gemacht lol der rennt weg der eine body smashing alter alter war der eine move geil after this gets jacked no more und da wie's immer aussieht alter alter so weil hätten wir hier rum sind blöde der stirbt nicht WTF Paul komm mal her der stirbt nicht ich hab grad auf den WTF der stirbt nicht der ist unsterblich der ist unsterblich verliebt ja das auch komm wir flüchten okay flüchte mit mir zusammen jo wow warte mal ich bin dicker ich bin etwas langsamer was ist denn hier welchen Auftrag hast du nur angenommen weiß ich nicht erst mal abhauen sind wir jetzt eh weit geweckt ja he 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 außerdem übrigens die rote anzeige dann ne das ist die das sind so wie sterne über der karte seh ich grad ach so hey wo rennst du denn hin zum Waffenwaren hier muss man eigentlich auch so zeug kaufen und bezirke ne ne das waren äh was ladenhecken starten ach du scheiß was zur helle was müssen wir denn machen das so mach ich das also ich hab den heck geschafft äh wie denn einfach machen hm keine ahnung äh 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 egal brech ab ich hab's ja geschafft äh geht gar nicht äh geht gar nicht äh ne geht nicht äh 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 so ich bin auch blöd ja hab ich geschafft so so ich würde gern mal die schrotenwisten verbessern okay mein Geld ist dann auch leer. Aber wie hustet denn da so schlimm? Wer hustet wo? Die Ladenverkäuferin, wo ist denn? Oh nein. Oder wie die Tresoren hier. Das check ich noch nicht ganz ehrlich gesagt. Ich dachte wir haben jetzt diese Dingswaffe. Welche? Den, den Ghetto-Blaster. Wieso sollten wir die haben? Weil das eben... Ach ne, wir haben das noch nicht fertig oder wie? Ach ne, wir haben das noch nicht fertig, deswegen. Das steht da als Belohnung. Alter, wie man hier mit diesen Dingern einfach nur voll gedröhnt wird, wa? Oh ja. Warte mal. Also ich flieg da hin. Wie denn? Mit meinem Screaming Eagle? Ja, warum hab ich den denn eigentlich nicht? Ist für unfair. Wahrscheinlich, weil ich Saints Row 3 habe. Meinst du? Oh ok, warte. Dann kommen wir zu mir. Kann ich nicht einsteigen da? Wenn du zu mir kommst, ja. Ja, wie denn? Zu Fuß. Ich bin ja jetzt da. Nein. Oder? Ja, gleich. Ah, siehste. Leute. Was machst du denn? Gar nichts. Doch, du bist dagegen gesprungen, du Affe. Ey, wie deemlich bist du eigentlich? Hä? Ey, du bist so dumm. Ich hab wirklich nichts gemacht. Doch, du bist dagegen gesprintet. Wogegen denn? Gegen mein Teil? Gegen mein Flugzeug? Das ist schlimm, oder was? Ja, hast du eben gesehen, oder nicht? Zugzeug. So, komm jetzt. Und Sprinter nicht gegen, du Affe. Hä? Alter? Willst du mich nicht verarschen spielen? Vergiss das. Vergiss es! Ey, der... Hä, was machst du denn da? Und allein ist der Wichser. Der ändert immer den Modus. Du bleibst jetzt in dem Modus. Du bleibst jetzt in dem Modus. Scheiße. Schnell. Schnell, schnell, schnell. Komm her. Hallo. Hallo. Hier hin? Ja, und jetzt wird's auch einzustellen. Also, ich hab hier kein E. Aua. Sorry. Alter, könntest du von mir runter? Ja. Bist du drin? Nee, ich grab kein E oder sowas. Ich hab nichts. Ich dachte, du konntest vielleicht mich mit meinen... mit deinen Krallen packen oder sowas. Bist du dir auch geil. Aber es geht nichts, ne? Aua, wer... Alter, hau. Ja, zerstöre dich am liebsten selber. Oh, Alter, wie ich fliege. Hör auf. Hör auf. Oh, Mann. Los, mein Skriff. Alter. Mein Start war bis sich. Hilfe, Hilfe. Hilfe. Der war ein großer Mobbingadler. Nur weil ich dick bin. Ja, nur deswegen. Und ja, ich bin schnitt. Hilfe, ihr jagt mich. Okay, er ist weg. Oh, er sieht mich. Oh, er sieht mich. Oh, Alter. Ich hab mich voll über... Alter, ich über... Was machst du denn da? Erstmal ne Flachlangen in den Legen, genau. Oh, oh, Alter. Alter. Warte mal. Jetzt nochmal. Also, weil das Telefon... Hab ich hier nicht noch irgendwas anderes, was fliegen kann? Kinsey, Cave David. Mann, ich will auch sowas haben. Was ist denn das für ein Ding? Du hast einen Plan, das ist, richtig? Ich hoffe, jetzt Kinsey haben, vielleicht weiß ich die Arbeit. Das ist Kinsey. Hey, ich will aufsteigen. Oh, Alter. Oh, wie ich fliege. Alter, wo bist du denn? Ey, die Sisse, ich hätte doch aufnehmen sollen. Alter, wie du geflogen bist. Ich wollte die nochmal wegkicken. Das sah so lustig aus. Oh, ich hab Kinsey überfahren. Oh, egal. Oh, Alter. Das war nicht Kinsey. Kinsey ist gar nicht mehr da. Doch, ich hab die auch eben überfahren. Und warum hab ich eigentlich kein Ziel, wie du? Weiß ich nicht. Oh. Ich krieg gar nicht die EP bestimmt. Bestimmt. Mann, die denn hier. Alter, erstmal mitnehmen. Aber auch nur die Bullen. Den Schmiel lässt man erstmal stehen. So, bist du ausgestiegen? Ja. Oh, ja, nicht ins Wasser. Und darf dein Fett nicht nass werden, wenn du was? Ach, Fett stimmt doch bekanntlich oben. Oh, Leute. Ich weiß, aber vielleicht darf es nicht nass werden. Alter. Leute, Kinsey ist hier mit dir im Auto. Sag ich ja. Alter, ich fahre jetzt hier so eine... Ja, ist mir ja komplett flutsch. Flutsch. Flutsch, Junge. Alter. Schafft man eh nicht bis nach drüben, doch. Du schaffst es. Oh. Aber kein Problem. Hey, lass uns mal einen Auftrag hier machen, Paul. Los. Ja, ich bin ja dabei. Momentan nicht so richtig, weil ich hier irgendwie... ...festhänge. Komm, ich nehme jetzt mehr Aufträge. So. Was machst du denn? Ich habe da schon einen. Ja, warum habe ich den denn nicht? Weiß ich doch nicht, weil du zu informatend bist. Ihr, bei dem jetzt. Hä? Hä, WTF? Ich habe einen Auftrag ausgewählt und da steht sofort Ziel erreicht. Komm mal bei der Tür, wenn du bereit bist, um sie zu informieren. So, machst du das an der Tür? Ist es jetzt durch, oder was? Ja. Wieso? Weil das die Mission sagt. Hey, wieso?